Gestern das Problem, dass der Stream abgerissen ist, denn heute war genau das gleiche Problem. Ich hatte nie mehr als 4 Mbits, habe einen Computer zehnmal neu gestartet und so, was weiß ich, nichts gebracht. Ich habe dann schlussendlich angerufen bei denen, die meinten dann, weil ich ja heute den Termin hatte für meine neue schnelle Leidung, haben die mir das Hybrid des LTE abgeschalten, gestern, ohne mir was zu sagen und vor allem ohne, dass das andere läuft. Es war folgendes, das wollten die ja heute machen, es kam ein Anruf, ich habe zwei Tage verschoben, weil der Mitarbeiter krank ist. Jetzt kriege ich das frischens am Donnerstag, aber abgeschalten haben sie mir mein Internet. Also voll Knaller, jetzt mal mit dem Handy-Quent hier. Ja, ich wollte es euch schon sagen, der probiert, ob ich es morgen wieder reinkriege, dass ich dann zumindest bis am Donnerstag wieder meine alte Leitung habe. Also, naja, Telekom. Die schalten dir das aus, bevor du das neue hast. Zum Glück geht das Telefon, letztes Mal ging gar nichts mehr, auch nicht mal mehr das Festnetz. Ja, das wollte ich einfach kurz sagen, dass ich sehr wohl mich darum kümmere hier. Aber, die Hände sind gebunden, ne? Ja, scheiße. Okay, na, dann wünsche ich euch trotzdem einen schönen Abend. Und ich halte einfach auf dem Laufenden, gell? Bis dann, ciao. Ciao. Boom.